Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist offensichtlich, dass man eine Dekade, eine ganze Dekade lasterhafter Gewohnheiten nicht innerhalb einer einzigen Woche tugendhaften Verhaltens tilgen kann. Aber in unserer Beweglichkeit, darin liegt unsere Freiheit. Nicht die Zeit an sich, sondern Anstrengung, Schmerz und Überwindung, das sind die tatsächlichen Währungen der Selbstbefreiung. Das Schicksal eines jeden Menschen wird durch seinen Charakter bestimmt, das heißt der Summe all unserer Glaubenssätze, worunter weitgehend unbewusste Muster von Denkprozessen und Überzeugungen verstanden werden, die eben auf der Generalisierung persönlicher Erfahrungen oder Fremdbewertungen basieren. Der Schlüssel liegt also in der Auseinandersetzung mit dem Unbewussten. Und das Erste, was dabei von einem Menschen gefordert wird, das ist die Erkenntnis, dass dort im Unbewussten das Böse liegt. Es ist so, wenn uns der Teufel begegnet, dann sind wir dabei, etwas richtig zu machen. Oder anders gesagt, wenn uns der Teufel als Widersacher ignoriert, dann machen wir etwas falsch. Denn in diesem Fall handeln wir nämlich im Interesse des Bösen und darum lässt es uns in Ruhe. Es offenbart sich uns nicht, sozusagen. Es ist also gut, Widerständen zu begegnen und es ist wichtig, sie in ihrer wahren Bedeutung zu erkennen und anzunehmen. Es geht darum, innezuhalten und die eigene Lebenssituation kritisch zu reflektieren, indem man sich selbst zuhört und sich mit der Frage auseinandersetzt, ob das, was man gerade tut, auch den eigenen wirklichen Bedürfnissen und Gefühlen entspricht. Denn es ist so, Menschen neigen zu einer verzerrten Sicht ihres eigenen Lebens und sie entwickeln Strategien, wie sie Ereignisse sinnvoll miteinander verknüpfen können und ihnen dann bestimmte Bedeutungen zuweisen. Aber das ist eben nicht immer die Wahrheit. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Unten links im Bild findet ihr jetzt eine Wiedergabeliste mit noch mehr aktuellen Mindset-Videos von mir. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal.